Willkommen zu einem neuen Video Da wird's gleich krachen, Digga An dem Kapitel Oh Absoluter Zugfan, Digga Wir haben ein paar Leute von euch unterhalten Ey, no joke Ich finde, das würde voll zu Basti passen, wenn der Trainspotter wär Ich weiß nicht, was es ist, Digga Aber irgendwie irgendwas in mir Das würde so passen, Digga Ich weiß nicht Geht das mal anders? Nein Nein Und weit oben Liebe Ladies Ich bin zwar nicht bei der Feuerwehr Aber mein Schlauch kann auch spritzen Das Marsha vor Muss ja vor zwei dann sein Ja genau, vor zwei Ist Super Bowl immer am selben Tag? Basti ist ne Frau Das ist nicht Basti Chat Basti 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 Ey, es ist gegen die Königin den Herrscher aus dem Ring zu werfen? Verleck deine Oma! Du Fettsack, sieht aus wie Abu! Au! Trink das aus, Mann! Mann, das schmeckt übertrieben ekelhaft! Ihr Ex! Ex oder nie wieder Sex! Wohin, Digga, dann weg damit! Heilige Scheiße! Boah, das geht jetzt richtig schnell bei dir! Boah, Leute, das war knapp! Weil die das da haben? Nee, weil jedes Jahr jemand in die Uhr eindringt, ihr abmasturbiertes Sperma, von einem Bullen reinspritzt, ihr dann ihr Kind wegnimmt, damit du... Damit du dann an ihren Zitzen rumkommeln kannst! Ja, die Kuh... Feinkontakt! Oh, oh! Hehe! Wiederschauen und reingehauen! Na, ich bin hier! Oh, nein! Helf mir! Du Hanson! Wenn du festgehalten wirst, blimpsel zweimal! Wir holen dich da raus! Nein, jetzt haben wir zwei Minuten Ruhe hier! Ich hab ne tierische Freundin! Okay, und zwar? Ja! Das ist ein Bär! Wie? Das ist Vivi! Bär! Ja! Okay, kenn ich nicht! Ja, ist so ein brauner Bär! Okay, und Vivi will ja auch nicht leiden! Ja, das stimmt! Tch! 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 BABY! Bibi! HÖR AUF! HÖR AUF! HÖR AUF, Bibi! HÖR AUF! HÖR AUF! Oh, hallo! Baby-Sniffer, willst du mal an meinen Eier sniffen? Ja, mach mal. Ja, riecht schön, ne? Ja, jetzt bist du tot. Äh, warte, hier. Zack, hier ist der Legios. Die Präsentation ist beendet. Ich hoffe, ihr habt keine Fragen. Und ich hoffe, ihr konntet die Präsentation genießen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Stunde, ne? Bis zum nächsten Mal.